Ja, nachdem wir jetzt unsere Morgenroutine wie Frühstücken, abwaschen, aufräumen, ein bisschen sauber machen, das Übliche erledigt haben, machen wir uns jetzt noch mal auf in die Lüneburger Heil weiter hier und suchen uns noch einen schönen Wanderparkplatz. Wir wollen noch ein bisschen wandern. Das Wandern ist an der Ostsee bzw. auf Fühn doch ein bisschen zu kurz gekommen, weil nicht so viele Wanderwege da waren an der Küste und bei dem herrlichen Wetter wird sicherlich eine schöne Wanderung geben durch den Wald und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ein Teil der Lüneburger Heide besteht aus dem gleichnamigen Naturpark im Nordosten Niedersachsens. Der Kern rund um den Wilseder Berg ist als rund 234 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet ausgewiesen und stellt damit die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropa-Star. Die Naturparkgemeinde Egesdorf liegt direkt am Naturschutzgebiet. Schon bei der Durchfahrt sehen wir viele alte Fachwerkhäuser sowie die schöne St. Stephanuskirche in der Ortsmitte. Egesdorf ist auch Ausgangspunkt für Wanderungen zu vielen Ausflugszielen im Naturschutzgebiet. Da die Lüneburger Heide in Nordosten ca. 100 Kilometer von unserer Homebase in Hannover entfernt liegt, haben wir schon viele Touren dorthin unternommen. Es gibt auf unserem Blog einen umfangreichen Bericht über die Heideblüte mit Ausflug- und Stellplatztipps. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Wir sind jetzt auf dem großen, aber beschatteten Parkplatz von Niederhaverbeck und stehen hier tagsüber für 3 Euro. Nachts kann man hier auch stehen zusätzlich für 3 Euro, also das heißt für einen Tarif von 6 Euro. Ja, wir werden uns jetzt eine kleine Wanderung durch das Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide machen, das ist nämlich hier. Und ja, wir haben zwar noch keinen Heideblüten, das ist erst im August, aber ich denke mal, wir werden hier auch eine schöne Runde machen können. Vom Parkplatz in Niederhaverbeck führt unsere gut ausgeschilderte Wanderroute ca. 4,5 Kilometer in schönster Natur zum Wilseda Berg. Tja, hier sind sehr viele Eichen zu sehen. Das ist schön. Wir haben gerade gesagt, dass wir wahrscheinlich diesen Spaziergang nochmal im August machen können. Also sprich dann im August oder Anfang September, wenn hier die Heide schön blüht. Neben dem Fürstengrab, einem Hügelgrab aus der Jungsteinzeit, befindet sich diese Aussichtsplattform mit einem tollen Blick über die Heide. Von hier kann man den Höhenzug des Wilseda Bergs und den benachtbarten Bolterberg betrachten. Die Trockenheit ist auch in der Lüneburger Heide ein brandgefährliches Thema. Im August 1975 brach in der Südheide der bisher größte Waldbrand in der Bundesrepublik Deutschland aus mit verheerenden Folgen, die auch unter löschenden Feuerwehrleuten mehrere Todesopfer forderten. Acht du Scheiße, ich habe es kaputt gemacht. Ja, so ist das, wenn ein Trottel mit einer Hand irgendwas anfasst. Das war so ein Quiz irgendwie. Was ist was oder irgendwie so. Und die Auflösung war da runter? Oder wie? Ja, das fiel gleich runter. Ich habe gesehen, dass es an so einer Lina-Kette angebracht hat. Ja, damit es niemand wegnimmt, aber kann ich doch nicht ahnen, dass das gleich wegrutscht und so einen Radau macht. Es ist gar nicht so einfach hier in der Lüneburger Heide ohne irgendwelche Toilettenhäuschen mal seine Notdorf zu verrichten. Bei mir kam auch gerade jemand und Claudia versucht es jetzt auch gerade. Man muss sich schon beeilen. Ich muss es auch schnell machen. Und dementsprechend gucke ich nach. Ah, gehen wir mal hier bleiben. Hier. Schnell hinter dem Wacholder Busch. Guck. 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 Bis zum nächsten Mal. Wie hat es sich eigentlich ausgedacht, hier auf den Berg zu gehen? Wie hoch ist der? 1127 Meter oder so? Leider hat heute die Seilbahn geschlossen. So, wir stehen hier am Wilseter Berg oder auf dem Wilseter Berg. Der hat 169 Meter und ist damit die höchste Erhebung hier in der Lüneburger Heide. Der Wilseter Berg ist gleichzeitig aber auch eine Wasserscheide. Und zwar sind hier mehrere Quellbäche des Flusses Este, Lue und Wüme und Böme. Also vier Flüsse, die hier entspringen. Wir unterhalten uns gerade über diese eckigen, abgebrannten Flächen hier. Und ich bin ja der Meinung, Claudia ist mir schon fast zuvor gekommen. Ich konnte es nicht sagen. Aber, ihr werdet es nicht glauben, das war ein außerirdisches Schiff. Eckigen Raumschiffen. Ja, mit eckigen Raumschiffen. Wir haben das extra eckig abgebrannt, damit man das nicht vermutet. Wie hoch liegt heute die Nachhause-Fahrwahrscheinlichkeit? 100 Prozent. Ups, hat sie mir doch gar nicht gesagt. Hat man doch gesagt. Und schon wieder angekommen beim Wohnmobil. Okay, wir sind jetzt gut zwei Stunden gegangen. Es sind siebeneinhalb Kilometer gewesen, die Tour. Wobei der Hinweg so landschaftlich insgesamt schöner gewesen ist als jetzt der Rückweg. Aber das hing wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass deutlich mehr Besucher, Wanderer unterwegs waren mit Hunden und so weiter. Und Mountainbiker. Und Mountainbiker, nicht zu vergessen. Immer sehr gefährlich, wenn der Hund freiläuft, beziehungsweise man sich nicht konzentriert. Ja, wie gesagt, kann man sehr empfehlen hier. Der Stellplatz ist auch ganz nett mal zum Stehen. Tagsüber natürlich zugeparkt, aber ich denke abends total friedlich. Für uns geht es jetzt wieder auf dem Heimweg. Wenn ihr mal in der Lüneburger Heide seid, fahrt unbedingt mal nach Niederhaverbeck. Und macht die Wanderung zum Wilseder Berg. Lohnt sich. Und damit endet der sechste Teil in unserer Playlist Umiveau durch Niedersachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like und lasst ein Abo da. Eine kürzliche Umfrage bei euch ergab übrigens, dass weiterhin großes Interesse an unseren Roadtrips in Norddeutschland besteht. Gerne kommen wir diesem Wunsch nach und werden bald noch mehr Videos dazu produzieren. Bis dahin macht's gut und bis bald. Bis dahin macht's gut und bis bald.